Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf der Minecraft Battle Edition und ja, das Neta Update ist nun schon seit einem Tag draußen und heute werde ich euch das Ganze einfach mal zeigen, was denn alles so neu ist und ich werde das Ganze mit euch mal ein bisschen durchgehen, ich hab's mir auch schon ein wenig hier angeschaut, ihr seht schon, ich bin bereits im neuen Neta drinne und ihr habt auch gerade am Anfang gesehen, es gibt auch jetzt Emotes, ich kann damit ehrlich gesagt noch nicht so viel anfangen, aber naja, es ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick. So, fangen wir erstmal ganz von vorne an, der Startbildschirm hat sich natürlich mal wieder verändert, ihr seht es im Hintergrund und die erste Neuerung, auf die wir hier direkt zugreifen können, ist einmal bei unserem Profil und zwar können wir dort nämlich dann auch direkt die Emotes auswählen und zwar seht ihr das hier, hier haben wir jetzt extra einen Tab, aktuell gibt es auf der Playstation 4 3 Emotes, ich weiß nicht wie das auf den anderen Plattformen ist, ich gehe aber mal davon aus, dass es dort genauso ist und ja, da sind wir auch schon beim ersten Punkt angelangt, denn es wird sehr wahrscheinlich in Zukunft so sein, dass man sich auch weitere Emotes dann eben durch Ashgeld wieder kaufen kann, genauso wie die Kleidungsstücke, halte ich ehrlich gesagt nicht so viel von und wie auch schon eben erwähnt, ich kann mit den Emotes an sich auch nicht wirklich viel anfangen, aber es ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick und wer es braucht, ja, der kann es ja gern benutzen. Ich bin mir da ehrlich gesagt aber noch nicht so ganz sicher drüber, weil, naja, irgendwie, finde ich, passt das echt nicht in Minecraft rein, aber was soll's. Server gibt es leider immer noch nicht, äh, ja, da kann man halt einfach nichts zu sagen. In Kürze steht da jetzt irgendwie schon seit 8 Monaten oder so, keine Ahnung wie lange die Battle-Edition jetzt schon auf PS4 draußen ist, aber seit Release steht da in Kürze. Jedenfalls haben die das ganze UI auch ein bisschen überarbeitet, wenn ich weiß, was UI bedeutet, damit ist einfach das Interface gemeint, sprich das Aussehen von Minecraft wie hier im Menü. Sieht man ja jetzt so ein bisschen, dass das wieder ein bisschen anders aussieht, ihr werdet das gleich auch nochmal ingame sehen. Hier mal als Beispiel, wenn man jetzt einfach zwischen den Items hin und her switchen, seht ihr schon, dass das unten diesmal ein bisschen anders aussieht. Und zwar hat der Text des Items noch so einen, ja, schwarzen, durchsichtigen Hintergrund. Ist jetzt keine krasse Neuerung, aber ist halt auch etwas, was man vielleicht mal erwähnen sollte. Ich finde das eigentlich ganz schick, sieht irgendwie, ja, ein bisschen besser aus, keine Ahnung. Und, äh, ja, die Nähte an sich muss ich, glaube ich, nicht großartig erklären. Es gibt natürlich neue Nähte-Biome. In dem Fall habe ich jetzt hier nach ewig langer Sucherei auch mal so ein blaues, so einen blauen Forest gefunden. Ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sehr, sehr selten sind. Und, äh, es gibt natürlich auch neue Festungen. Wir haben hier gerade das Glück, sehe ich gerade, dass hier direkt eine ist, Alter, geil. Und, äh, ja, die sehen komplett crazy aus. Dort kann man auch Loot finden, dort gibt es auch diese Piglins. Ich habe jetzt gerade Mobs spawning, glaube ich, aber aus. Jedenfalls gibt es dort auch diese Piglins und, äh, ich denke mal, ihr wisst schon, dass man mit denen auch handeln kann. Und, äh, das Design aber auch angreifen, falls man irgendwie versucht, deren Gold zu klauen. Also, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht, äh, Stress mit denen anfängt. Es gibt jetzt auch hier so ein Gold-Erz, auch mega nice. Davor gab es ja immer noch das, äh, ja, Quarz-Erz. Man kann natürlich jetzt auch Never-Ride finden, ist auch eine sehr, sehr große Neuerung. Das ist jetzt so das neue, seltenste Erz, aber auch krasseste Erz irgendwie, was es in Minecraft gibt. Und natürlich gibt es dazu auch eine passende Rüstung, und zwar die Never-Ride-Rüstung. Die ist logischerweise besser als die Diamanten-Rüstung. Außerdem gibt es auch Never-Ride-Werkzeuge und ein Never-Ride-Schwert. Aber um das im Survival zu farmen, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen länger spielen, denn Never-Ride ist durchaus seltener. So, ich bin jetzt nochmal hier auf einer super flachen Welt, damit wir uns nochmal kurz die Blöcke anschauen können. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass blaue Feuer ist. Gibt jetzt neben dem normalen Feuer und der normalen Lichtquelle, gibt es jetzt auch diese blauen Varianten davon. Es gibt jetzt auch einfach mal blaues Licht und blaues Feuer. Dieses bekommt man, wenn man das einfach auf einem Seelensand oder jetzt heißt es sogar Seelenerde zündet. Und Lagerfeuer und so ist natürlich auch alles in blau. Finde ich sehr, sehr geil. Optisch kann man da, denke ich, einiges Cooles mit auch bauen. Dazu zählen natürlich auch die ganzen neuen Blöcke. Und mein persönlicher Favorite ist dieser Schwarzstein-Ziegel. Leute, zieht euch den mal rein. Oder generell dieser Schwarzstein. Ich finde den einfach mega sick. Und damit kann man auch ultra geile Festungen bestimmt mit bauen. Falls ihr irgendeinen Favorite-Blog habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mit den ganzen Netabiomen gab es jetzt auch neue Bäume und natürlich auch jede Menge neues Holz. Und zwar haben wir ja die ganzen Baumstämme sowie Türen, Falltüren, also Zäune und natürlich ganz normale Holzbretter, Schilder, Knöpfe, Druckplatten. Praktisch alles, was es davor auch in Holz gab, halt einfach nur mit den neuen Holzsorten. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist auch nur so eine Kleinigkeit, aber die ist auch zum Bauen sehr, sehr praktisch. Diese Ketten, Leute. Man hat endlich Ketten in Minecraft. Und wer hat es gedacht, die kann man super mit so einer Laterne kombinieren. Das machen wir mal eben. Zack, einfach mal hier provisorisch. Wenn das mal nicht geil aussieht, oder? Es ist, ich weiß, es ist eine kleine Neuerung, aber ich persönlich finde das einfach mega geil. Zum Bauen ist das einfach ultra geil. Bin auf jeden Fall mal gespannt, so zu sehen, was die Leute dann in Zukunft bauen. Und natürlich gibt es auch neue Mobs. Ich hoffe mal, die kann man jetzt hier spawnen. Sieht aber gut aus. Okay, der verwandelt sich jetzt natürlich. Und hier sind einmal die Piglins. Das waren ja früher die Zombie-Pigments. Und ja, upsala. Jetzt bin ich wieder im Neta. Oh Gott, der läuft jetzt hier im Massaker und tötet erstmal alle. Oh mein Gott, ey. Ah, guck mal, die haben sich jetzt auch verwandelt. Die sehen ja eigentlich anders aus, aber nicht in der Oberwelt. Denn dort ist ja eigentlich nicht ihr Zuhause. Es gibt jetzt auch diesen Respawn-Block für den Neta. Den finde ich auch mega geil. Den kann man jetzt einfach mit Glowstone auffüllen. Und wenn man das im Neta macht, hat man sozusagen einen Respawn-Punkt für sich gesetzt. Normalerweise geht das ja nicht, wenn man sich in einem Bett legt. Dann explodiert das ja direkt. Aber dieser Spawner ermöglicht es jetzt. Jedoch müssen wir das immer wieder neu auffüllen. Ihr seht hier, ich kann maximal viermal da draufklicken. Und dann füllt sich das hier auch so gelblich auf. Und jedes Mal, wenn wir jetzt hier sterben, geht eins von diesen, ja eine von diesen Ecken wieder weg. Und irgendwann ist das komplett leer gesogen. Und dann müssen wir das wieder neu auffüllen. Andernfalls spawnen wir hier nicht mehr. Auch eine coole Neuerung ist dieser Target-Block oder dieser Zielscheiben-Block. Je nachdem, wo wir diesen treffen oder anschießen, gibt er ein Signal aus. Hier in dem Fall natürlich in Form von Redstone. Und ja, wenn wir jetzt beispielsweise genau in die Mitte schießen, dann gibt er ein stärkeres Redstone-Signal aus. Damit kann man auch, denke ich mal, sehr viele coole Sachen machen. Und da sind auch schon einige Command-Tutorials wieder geplant. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, Leute. Außerdem gibt es auch neue geheime Secret-Blöcke, die man nur per Perfil im Jet wiederbekommt. Und unter anderem diese Barrieren-Mauer. Wenn man diese hier platziert, macht die jetzt nicht viel, weil ich nur im Kreativ-Modus bin. Jedenfalls, wenn ich jetzt im Survival-Modus wäre, könnte ich nicht mehr über diese Mauer gehen. Ich könnte jetzt natürlich noch um die herum gehen, aber nicht mehr darüber, geschweige denn darunter. Egal, wo sich diese Mauer befindet, alle Blöcke von ganz unten bis ganz nach oben sind eine unsichtbare Barriere. Und wenn man die halt im Survival nutzt, kann man eben nicht hier rüber gehen oder hier drunter. Ist, denke ich mal, auch eine sehr, sehr coole Sache. Es gibt auch noch andere Blöcke, wo man dann bestimmen kann, wo der Spieler drauf bauen darf und wo nicht. Und es gibt auch, glaube ich, nur NPCs, die man erschaffen kann. Also da gibt es noch jede Menge, aber das Ganze habt ihr jetzt schon gemerkt, zeige ich jetzt hier nicht total im Detail. Ich wollte einfach nur mal hier grob durchgehen, euch das Ganze so ein bisschen zeigen und vorstellen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem NETA-Update habt, gerne ab damit in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mal sagen, sollte es schon wieder gewesen sein, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es werden jetzt auch die nächsten Tage sehr, sehr viele neue Tutorials erscheinen. Natürlich, weil mit dem NETA-Update wieder so ein paar neue Sachen möglich sind. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, aber ich bin jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.